Guten Morgen 9.17 Uhr. Ich habe euch schon erklärt, dass wir jetzt einen virtuellen Unterricht machen. Das ist unser erstes virtuellen Unterricht. Ich habe auf meiner Webseite einen Bereich gebaut und in diesem Bereich gibt es für jeden Unterricht Material, den wir lesen, lernen oder benutzen werden als Unterstützung und dann eine Aufgabe. Diese Aufgabe werde ich euch um 11.15 Uhr, 11.30 Uhr geben und das Ergebnis, fertig oder nicht fertig, muss bis spätestens 15 Uhr am Montag abgegeben werden. Das ist sehr wichtig, damit ich euch als Anwesend markieren kann. Worum geht es bei unserem nächsten Unterricht? Es geht um eine Wiederholung von einigen Themen von Medientechnik. Ich will in diesem Unterricht eine Zusammenfassung und eine Vorbehaltung für die mündliche Prüfung machen, falls ihr in die mündliche Prüfung bei Medientechnik kommt. Heute geht es um Grafikdateiformaten. Ich gebe euch Material und ein PDF via Mail und auf meiner Webseite mit allen Informationen über diese Aufgabe. Es geht um eine Tabelle, die ausgefüllt werden muss mit bestimmten Informationen. Diese Tabelle ist eure Unterstützung bei der Lernung und Vorbereitung für die Abschlussprüfung. Viel Spaß damit und wenn ihr Fragen habt und so weiter, ich bin wie im Normalunterricht von 11.30 Uhr bis 15 Uhr telefonisch via Mail oder via WhatsApp verfügbar für euch. So, viel Spaß damit und bis bald! Schwer battle! Schwer pING